Und dann, Sascha Ausnick und die Obergrenner freuen sich sehr, dass wir bei 28. Stellermusikanten-Gala auch dabei sein können. Die Stellermusikanten feiern 30-jähriges Jubiläum und die Obergrenmusik feiern auch 70 Jahre Jubiläum. Deswegen, das ist zusammengerechnet 100. Ich hoffe, Sie sind auch mit uns dabei am 18. März und wir freuen uns schon riesig auf das supertolle Konzept. Musik 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 Musik